Innovation beginnt mit Leidenschaft. Bei Askea schlägt unser Herz für die Feinmechanik. Vor über 30 Jahren hat unsere Geschichte in Amtsell begonnen. Heute verfolgen wir als Askea Gruppe mit unseren Schwesterunternehmen an drei Standorten unser gemeinsames Ziel. Hier liegt der Ursprung. Bei Askea Feinmechanik kombinieren wir Tradition mit modernster Technologie und automatisierten Fertigungsprozessen, um Präzisionsarbeit von höchstem Qualitätsniveau zu liefern. Vom Rohmaterial über die zerspannte Fertigung und Qualitätssicherung bis zum perfekt gefertigten Bauteil, das unter Reinraumbedingungen gereinigt und verpackt wird. Unsere Kunden bekommen bei uns alles aus einer Hand. Als Teil der Askea Gruppe bringt Auxo seine tiefe Expertise im Bereich Lasertechnik ein. Hier wird ein Bauteil zur Basis für innovative Laseroptiken zur Metallbearbeitung. Und hier entstehen moderne energieeffiziente Faserlaser. Standardlösungen gibt es bei uns nicht. Wir schauen uns die Applikationen unserer Kunden genau an und entwickeln die optimale Lösung. Darum vertrauen uns unsere Kunden auch anspruchsvollste Projekte an. Wenn es um die Hingabe zum Produkt geht, haben wir uns immer ein Manufakturgefühl bewahrt. Trotzdem skaliert unsere Produktion mittlerweile auf industrielle Maßstäbe. und dann sieht es so, dass wir uns ausschauen. Die Kugel sind die Kugel. Und jetzt zurück zumеленen,��veiligende Faserlaser,reffen für ein Kugel. Innovative Lasertechnik mit modernem Maschinenbau zu verbinden, das machen wir bei Askias. Unsere Lasersysteme sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und Weiterentwicklung. Darum verwenden Kunden aus anspruchsvollen Branchen Laserschweißanlagen von Askias und Laserschneidanlagen unseres Partnerunternehmens Kimmla. Die hohe Fertigungstiefe innerhalb der Askias-Gruppe und die Zusammenarbeit mit unseren Schwesterunternehmen ist dabei der entscheidende Vorteil. Wir verkaufen nicht nur eine Anlage, sondern unterstützen unsere Kunden mit unserer gesammelten Erfahrung. So bauen wir nicht nur Maschinen, wir bauen Vertrauen. Von der Feinmechanik über die Lasertechnik bis zum Maschinenbau. Die Askias-Gruppe verkörpert eine harmonische Verbindung aus Erfahrung, Fachwissen und Technologie. Die nahtlose Zusammenarbeit von drei Unternehmen zu erklären, ist gar nicht so leicht. Wenn man unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber in Aktion erlebt, dann wird die Essenz der Askias-Gruppe spürbar. Die Askias-Gruppe sindいただzt am 시간 aus metabolismo toggle. Die Askaas-Gruppe unterirdische Ber MUSI-99-ur methyluchar tearれた camperat im experiences und hätte seinen